Wie ihr ja wisst, sind wir immer auf das Wohl junger Künstler bedacht. Bevor Buja Tribe gleich alles platt walzt, zeigen wir euch deren Vorgruppe. Hier sind aus den Ghettos von Pirmasens Headcrash. Hart und kompromisslos. Ich habe irgendeine Idee, das ist so das Gerüst, oder Roger, oder wer auch immer, und wir samplen das zunächst, die Gitarre. Und dann kann Uli eigentlich bauen, wie er will. Und dann machen wir hier noch einen Break und da und da. Das ist eigentlich ziemlich toll, das zu machen. Also man muss nicht so im Proberaum einen fertigen Song erarbeiten. Er kommt dann und sagt, ja, hör dir das mal an. Und dann sag ich, naja, mach da vielleicht mal noch das und das. Und da spiele ich dann noch mal eine Gitarre dazu. Wir sind praktisch der Support von Buja Tribe auf der ganzen Tour. Und wir sind halt fast in allen deutschen Städten, in Wien, Graz, Paris, Bordeaux, England. Und dann auch in Holland-Bereich, in England, in Tschechien. Wir haben uns ciao. Aus der Abteilung Menschen, Tiere, Sensationen kommen wir nun zu einer Band, die locker zwei Tonnen Lebendgewicht auf die Bühne bringt. Nicht nur ihr Körperumfang ist groß, sondern auch ihre Klappe. Sie ließen an nichts und niemandem ein gutes Haar. Ring frei für Booyah Tribe und ich bin raus. Peace. Booyah! Booyah!